ah das ist hier zwar dunkel aber wenigstens wo bauen wir denn die generatoren hin schatz und nur um ich würde unten hin machen und dann würde ich wenn du oben drüber etwas baust hinten dran mindestens zwei oder drei blöcke frei lassen dass du die leitung halt auch immer an die leitung kommst das ist gut vor allem baue ich dann alles in eine ecke energiebrücke ich lasse das nikolit stehen ich will die amanten ich hab fünf ich hab zwei das heißt ich kann mir jetzt ein energy crystal machen und damit drückt mein nano selber in richtig nahe gefilde was ist das blaue das sonst das aussieht wie christler kennt das jemand labis nein das ist ja normales erz wie christ wie ich gern von nevi rubin wie wie sonst rubin aussehen würde ich glaube ich glaube also hier das ganze ich finde gerade redstone ist echt krass wie übertrieben rar manche ressourcen hier sind im vergleich zum vanilla oder so ich glaube das kommt nur so vor menschen ich mag jetzt noch nichts gefällt glaube ich eher der fall dass du einfach nur tonnenweise anderen kram findet das auch so so kohle ach mir ist das zu blöd ich gehe im netafarm das effizientere zwei safire schauen wir mal hier so über die lava und das hier noch irgendwo in die ja wäre der noch richtig easy abzusnacken wäre dann blogge ich mich mal hier hoch so 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 war so 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 Wow Schnapp Macht das Krokodil Ja, macht's auch So, noch ein bisschen Nur wenn's Hunger hat Oder wenn's Bock hat So Ich höre hier irgendwo Zombies Das heißt hier ist wahrscheinlich Irgendwo sogar noch ein Gang Wow Gut Dann bewege ich mich mal wieder über die Erde Schnapp So Ah, hier bin ich falsch Muss hier hoch So Erzählt mir mal was Haben wir irgendwo Kühe? Äh, Christopher bekommt gleich welche Ja Ah, ne, bei uns laufen welche in der Corrie rum Ja, ich weiß Ja, die sind dann im Next auf Bedrock Freunden sich auch mal, sie liegen ja was anderes Es ist nur so dunkel da unten, gell Äh, die sind ganz einfach tot Äh, haben aber nur ein Leder gedroppt Wie viel Leder brauchst du denn? Apropos, hat sich irgendwer mal ein Leder gesnackt? Äh, nicht nur schön Nein Du hast mir aber 10 gegeben, das letzte Mal Ah, reicht schon Christopher, bist du dir sicher mit dem Magma Crucible? Äh Wie, wie läuft das denn? Ich komme zu dir, wachte Ich muss noch kurz das hier alles anschmeißen So, ein Energy Crystal Das habe ich, das habe ich und die Carbon Plates habe ich auch gemacht Carbon Plates, die habe ich hier irgendwo hingelegt Ja, hier Die zwei Die zwei Zwei Closedone Dust Ist schon da? Nö, aber ich habe mich jetzt auch weh gemacht So, das, so Und so Yes, ich habe ein anderes Schwert, ja So 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 Und ich bin da, Lukas Mom 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 Mach das Mach das Äh, kannst du machen, weil ich will Guck mal Haben wir nicht irgendwo noch die Musst du jetzt einfach die Enderperlen reinlegen, oder was? Ja Und dann nachher Ah, also Ich habe, wie kriege ich das denn Äh, in den Liquid Transposer Ich habe jetzt keinen Bock, hier an die ganzen Sachen abzubauen Äh, du stellst ihn daneben Das ist halt, ja, machen wir das Gut, das Gut, das Wenn wir die ganzen Sachen jetzt abbauen, gehen die alle wieder kaputt Welche? Ach, hier oben, die, äh, Mercurator, Compressor und sowas Die gehen kaputt? Ja Doch, ja Dein Ernst Hier kommt das jetzt raus Wenn da Energie drin wäre Alter, ich bin gerade wieder hinter die Tür gelenkt Die gehen da rein Die gehen dann kaputt, wie, dass sie abfuckt Und vor allem, oh, ne Die MFV geht kaputt Ja Du brauchst vier Enderperlen für einen Sonntank Oh, geil Ja, ich habe gehört in einem Maschinenblock, heißt Vier Energiekristalle sind weg Vier Energiekristalle, ja, ich habe noch vier Dias Als ob dir im Ernst eingeschrottet, oder was Ne, wir ziehen um Ja, dann habt ihr den MFV Noch nicht, aber werden wir wohl müssen Ne, mit ner Wrench Stimmt, genau Ah, ok Das heißt, ich hau einfach mit der Wrench so lange da drauf, bis sie kaputt geht Ne Ne, wir boppen die nochmal, äh Wrench Drei Eisen und ein Stonegear Ne, das ist die Buildcraft Wrench Ja, dann Bronze Ja, Bronze Achso, einfach Da fliehst du eigentlich schon wieder hier, Christopher? Ich chill hier Ja, die ist schon wieder langweilig Such dir mein Leben Ich warte bis zu Hause, was fertig gebrannt ist Machst du die, äh, Ranch, oder soll ich fix? Äh, mach schon Ich habe jetzt gerade den Zeug da reingeworfen Okay Ähm, was soll ich eigentlich machen? Ach ja, jetzt weiß ich es wieder Kisten Ich hasse die Tür Ein Bronzer Was? Ein Bronzer fehlt? Eins, ja Läuft bei dir Ah, da ist ja auch schon unser Endertank Schnapp Wo soll ich ins Lager anfangen? Unter der, hinter der Treppe einfach? Dann fange ich mal an, doch Kisten anzuballern Ähm So Ja, du hast unten das Lager, ja Ja, wir können ja noch Wände inziehen quasi Später So Kam, geh kaputt, Kiste Geotermal-Generatoren Generator Zellen Mehrholz Mehrkiss So die ganzen, ach ne Schon gut Ne, schon gar nix Ja, die ganzen Zellen waren weg Christopher Mh? Bau Welches Kabel brauchen wir nochmal, wenn man aus dem Nether in den Liquid Tesseract und zurück macht? Faced Alter, scheiße Hä? Warte, ne Liquid Tesseract Du brauchst kein Liquid Tesseract, wenn du ein Faced hast Hm? Ja, wie? Also entweder benutzt du das Faced, regnet Ja Okay Entweder benutzt du das Faced oder die Energy Tesseract Energy Tesseract Energy Tesseract Ja, dann legst du ein normales Steinrohr oder Eisenrohr, äh, Gold, wie auch immer Ich weiß, ich wusste nicht, ob man das mit dem Stimmen machen muss Nur wenn du es hier rausholst, dann musst du mit dem Holz rollen Hm? So Dann haben wir noch Platz für Beschriftungen So Kisten haben wir erstmal genug Jetzt kann ich mal gucken, was ich als nächstes mache Was ist, hm, hier mit Eigentlich gar nicht mal so schwierig Egal, komm mal ziehen erst um, das ist jetzt erst mal wichtiger Renni Juhu Hast du inzwischen die Ranch? Äh, ja Wie gut, gell? Gut, die Energie, die in der In der Charging Ach, egal 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 Das hauen wir alles Die kann man so abbauen Das nehmen wir alles wieder zurück Wenn hinten einmal die Geothermalgeneratoren laufen, dann ist Energie eh kein Problem Ja Das dachte ich mir schon fast Hauptsache die MFE ist auch intakt Kompressor, MFE Wir müssen uns nur Ja, so an Ich hätte gesagt, wir müssen uns nur ein Lagersystem einfahren lassen Du willst gleich sehen Auf der rechten Seite kommen alle wichtigen Sachen erstmal hin Also alles, was jetzt in der Endkiste ist Von wegen Dias, Redstone, alles was man halt irgendwie farmen muss Das kommt darin Ja Und oben drüber kommen Erze, die quasi dann den Messerator sollen Und Koppel und so, das kommt alles auf die linke Seite Sodass das quasi nicht da rumgammelt Weil so eine Doppelkiste Koppel kann man schon machen Der kommt vor, ja Finde ich praktisch Hier nochmal Dirt drin Und drüber Gravel Werkzeugkiste könnten wir auch aufmachen, aber es ist nicht so wichtig Naja Ich lege hier mal gerade mein Kram ab Dann kann ich nämlich Ungestört Sachen hochschleppen Und mein Inventor ist voll Oh, was dieses Mixed-Metall-Engert was für Ressourcen schluckt, ey Wo draus du die Legierung machst? Hm, die Advanced-Aloy, jaja Ja, du brauchst halt Drei Zin, drei Bronze, drei Refined-Iron Rektor-Chamber Bau mal die Iridium-Platten, das wird doch lustiger